109 zu diesem sehr spontan auch sehr kurzen video ja ich möchte nur mal einfach kurz barcelona ansprechen ihr seht es hier vor mir ich habe den blogplan den stadionplan hier vor mir habe mir auch tickets geholt hier 34d sitze ich will es aber auch nicht ganz außen vor lassen so schön es ist gegen barcelona spielen zu können und so schön es ist auch wieder in stadion zu gehen aber ich möchte wenigstens kurz natürlich auch noch eure malung fragen aber auch hier kurz meine ticketpreise ansprechen wir zahlen es hier für 34d 25 euro das habe ich auch gezahlt für genau die gleichen plätze gegen leverkusen in der vergangenen saison vor 9000 zuschauern glaube ich also noch ein bisschen begrenzter als die 25.000 und eben bundesligaspiel gegen ein bundesliga topklub gegen freiburg davor was diese 18 euro 93 aktion überall die ist ein bisschen außen vor das noch was anderes aber du zahlst hier auf bundesliga niveau gegen ein topklub wenn ich sogar noch höher das heißt hier 25 selbst hier zahlst du einen vollpreis 25 in stehblöcken ab hier ist der sitzblock ab hier stehblock selbst da zahlst du 25 euro das war glaube ich sogar auch billiger gegen leverkusen wenn ich es richtig im kopf verbinden aber nicht 100 prozent sicher kann ich ein bisschen weiter außen gehst du bist wieder bei 20 euro hier in dem kleinen bereich hier oben okay auch nicht 25 hier bist du dabei bei 20 euro in so kleineren bereichen hier gegen tribüne zahlst du 45 euro das ist eine ansage noch mal eine weitere ansage sind die 60 euro auf der fucking haupt tribüne selbst in dem ranzblock hier hinten zahlst du 60 euro willst du mich eigentlich verarschen und auch hier da kommt das große beispiel waren gegen atletico war ich auch im stadion da das spiel vor das ist so 18 19 vor eben damals keine pandemie volle stadion volle euphorie mit stimmung und allem was du hier jetzt wahrscheinlich auch ja nicht 100 prozent haben wird es gar nicht ob die ultras kommen ich tippe mal eher nicht vor allem bei den bei den kartenpreisen eher nicht das ist nicht vergleichbar mit dem eröffnungsspiel damals gegen atletico nur vom klub her ähnlich also auch spanischer topklub halt ne und da haben wir hier in dem bereich war ich hatte in 74 b war es glaube ich die dauerkarte damals da haben wir 15 euro gezahlt da bin mir recht sicher 15 euro haben wir glaube ich gezahlt in dem bereich du zahlst in der gesamten fucking unter türkeimer kurve 35 euro selbst in den ranzblöcken hier aber hier auch 35 euro gefühlt drei plätze weiter weg 60 euro gut es sind einfach die kategorien das ist jetzt gar nicht von dem spiel abhängig nur generell eure kommentare rein ich finde es krass ich finde es wirklich wirklich krass das ist ein preisniveau von topklub bundesliga und auch preisniveau von topklub bundesliga mit fans mit stimmung in einem normalerweise ausverkauften haus ich verstehe dass die korona lücken schließen müssen verstehe ich alles ist in ordnung ob man das dann direkt gegen barcelona machen muss gerade nach einer mitgliederversammlung wo auch angesprochen wurde das mit ticketpreise gerne hätte ein bisschen niedriger was natürlich die fans immer gerne wollen was die feine auch nicht gehabt zu einem gewissen teil nur beeinflussen können verstehe ich auch alles aber in dem spiel solche preise aufzurufen wir gehen noch mal durch das heißt hier 25 mal irgendwo 20 in manchen ecken das heißt hier 45 zahlst du in dem tätspiel in barcelona auch wenn es hauptribüne ist zahlst du da 60 ocken auch hier 35 euro wie gesagt vergleichswert von vor zwei jahren oder vor drei jahren waren eben 15 euro für sowas ich gehe jetzt auch davon aus dass die tickets hier alles so fünf bis zehn euro billiger sind weil es ist halt nun mal einfach ein test spiel es ist schön dass barcelona kommt aber die kommen da ja nicht so als würden die in james league finale spielen da wird auch viel b11 dabei sein also tickets finde ich wirklich wirklich von vom preis her sehr 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 fraglich da gerne ab mit euch in die kommentare geht ihr ins stadion wie gesagt ich gehe ja trotzdem die 25 euro sind okay in dem bereich hier vor allem die anderen bereiche machen mich dann noch mal noch mal stutziger als der hier ist ist schon in ordnung bin aber natürlich auch mal gespannt wie es dann in der bundsliga aussieht wenn dann kreuter führt kommt am ersten spieltag wenn freiburg kommt zum zweiten heimschirm ist glaube ich sein freiburg danach nach führt was er dafür ticket preise dann fordern weil ich tippe mal dass die 25.000 erst mal bestehen bleiben ist ja die maximalmenge die rein darf aber holy shit also ich finde das preis schon wirklich wirklich fraglich und sehr sehr hoch deswegen habe ich in kommentare geht ihr ins stadion habt ihr da bock drauf haben euch die preise abgeschreckt oder hatte ich sowieso kein bock in das spiel zu gehen und damit würde ich sagen ist dieses kurze schnelle one taker video auch beendet wollte es nur hier ansprechen sind ja vfb kanal sind ja hier auch vfb fans und mitglieder dabei und dauerkarten inhaber muss angesprochen werden fand ich das finde ich wirklich krass außer natürlich übertreib hier deswegen gerne eure eure meinung in die kommentare und dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal